Hallo zusammen, Aizoki hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das weitere Vorgehen anzunehmen bei Pelagos in Seres Mortis. An dieser Position befinde ich mich in einer Höhle. Eingang ist ungefähr hier. Kann die Map nochmal aufmachen, wenn ich draußen bin. Vorquest war Schiffern der ersten. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verblinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Und bei den Videos solltet ihr wiederum auch in die Videobeschreibung schauen. Wieso, das ist selbsterklärend. Hier heißt es optional Flugpunkt benutzt. Also damit ist der Flugpunkt gemeint. Können wir machen. Ich habe meinen Wohlstein in Obibus oder irgendwo. Und man darf nun zur Zuflucht fliegen. Falls ihr was noch nicht wusstet, ich bin auch auf Twitch unterwegs. Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Und in der Videobeschreibung, je nachdem was ihr zuerst erreicht. Würde mich freuen, wenn ihr mich da besucht. Quest ist dann abzugeben, bei Hochloft-Borva Fortwegen. In Seres Mortis an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier ein Abonnier Knopf ein. Nur drücken, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Wenn ihr schon habt und ihr drückt, dann seid ihr kein Abo mehr. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.